ich schaue mir gerade die karte an ich hoffe ihr kennt euch aus ist ja ganz einfach die karte erkennt man sich aus ja ich hoffe es okay kann ich dich größer stellen text das wäre auch nicht schlecht work in progress everybody frame rates 240 wie sehen ich habe nicht alles perfekt eingestellt vielleicht fs ja alles auf episch also für episch natürlich episches spiel als auf episch gesicht vibrationen aus 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 hut anzeigen obere hutskale untere hutskale sichtfeld ist ziemlich weit oben kopfbewegung keine an was das gibt gibt es menge sagt man gar nicht gibt es in welt nein kann ich nicht machen was ist filter retro ich kann filter einstellen schein nach außen vintage 80 tinten zeichnung jetzt muss ich probieren wir das mal ach du ach du schein okay probieren wir das mal ah das tut weh das tut weh nein ah ok nein fast wir haben das überlegt wir sind keine retro jungs so der folge recht so macht man so macht man wir sind keine retro jungs sache kampfstand lasst mich nicht alle lager filter probieren das ist cool eigentlich aber tinten zeichnung sind wahrscheinlich alles scherzfilter oder oh nein echt das ist cool das ist ja z was mache ich denn hier drinnen eigentlich verdammt zu viele fliegende rückzug was mache ich hier diese spiele gerade aber Tinten schaut cool aus Tinten schaut cool aus ok was haben wir noch und das ist das erste mal dass ich sowas sehe dass die EMPs oder Reshades ins Spiel reinhauen so Nachtsicht wird wahrscheinlich bewährst sein ich beweis jetzt schon ich glaube man kann spielen aber jetzt bin ich auch zu dumm für das Spiel Nachtsicht ist schuld Nachtsicht einfach verbinden wir nochmal die Nachtsicht bin ich jetzt schon wieder auf schwer oben was ist da los normal wirklich hört sich nicht nach normal an außer ich habe einfach schlechte Waffen vielleicht kann auch sein die Waffe das Sturmgewehr daugt mir schon mal gar nicht ah Vintage zuerst nein 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 da wird das zweigen zweigen Ende hausen ok das heißt da ist das ein bisschen Chloe was lebt noch der wird dekoriert kann ich da drauf rüber nein Substanz 1 Okay Okay, okay. Woah! Ach, goddammit. Also schon brief, I um... Okay, okay, okay. Stop them lying, son. Oh boy. Oh boy. Die kommen langsam. Ach du, komm schon. Habt euch gerade durchgeschossen? Water, Max. You're quite the surgeon's. Äh? Come on. Das wird spawnen. God, ich hasse diese fliegenden Typen. Ich hoffe, das ist nur in diesem Level so. Sonst wird das echt richtig anstrengend. Wenn ich da durch, komme ich. Das Leben. Und ein Geschütz. Die spielchen auch so schnell aus. Das sind so viele. Das ist ein Teil. Das ist ein Teil. Das ist ein Teil. Ja, das ist irgendwie. Geil. Das ist ein regenerierendes Leben. Nee. Nicht da drüber. Kommen wir da runter. Okay. Jetzt sind wir alle gespawnt und hinter mir auch. Oh, verdammt, Fliegende. Gefangen in diesem Raum gerade. Fliegende. Okay. Is it now? Schaut nach Bossfight aus. Okay. Das heißt, das ist irgendwie Richtung Dungeon Crawler Spiel. Ich kämpfe mich durch verschiedene Räume und verschiedene Bosskämpfe. Kann ich schießen schon? Nein. Oh, verdammt. Ich hätte Fitchen, bitte. Was ist ein leckeres Hörer? Ich bin überrascht. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich muss so bei Dashen und da ist mein Ausdau. Oh. Okay. Das hat natürlich niemanden getroffen. Ist ja kein Safe-Raum. Schaut nach Hamburg. Ja. Oh, wo schwämmt sie mich in diesem Raum wieder? Wo kommt der hier her? Wo kommt der hier her? Ich versuch's, ich versuch's, ich tue mal ein Bestes, oh ok, irgendwie halt links, nein, 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 ein bisschen Drecksficher, hab mir noch nie so sehr einen Sniper gewünscht in diesem Spiel, ich schau wie der dodged. Ich hab nie gedacht, dass ich das sagen werde, aber normal reicht mir. Ich mag dich nicht, Alter. Brauch ich noch nicht. Ich mag nicht, Alter. Was fun? Weiter. Bad blood. Bad blood. We got some bad blood in here. Why don't you let it ride? What was I saying to you? Let's go to bed, bloodlethard. I feel scared. I sense visible foes. Visible foes? Are they gonna wizard me? Invisible foes. Invisible foes. Invisible foes. But they do wizard me. Well, 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 well. Ain't that the perfect timing to plug my E-Legs into the invisible cunt video? Was das gar in englisch ist. Emma, ich fühle mich nicht so. Oh, was pifst du denn? It's the marshmallow man. Let's das leben. Das heißt, dann hat der wieder volles Leben, der Marshmallow Man. It's the marshmallow man. Multiple Marshmallow Mans. Malice. Fury. Und Hight. Ich brauche ihn zu weinen. Noch nicht davor, noch nicht. Okay. Dann hat der Marshmallow Man runtergebracht. Oh. 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 Ich versuche einen guter Schuss. Und guter Schuss. Okay. Das war's mit meinem letzten Leben dann. Okay. Hab ich einen kleinen Miniboost gefunden. Das war Scheisse. Da ist was. Ich habe es zu oft. Ich könnte mir hopfen, das könnte die Lösung sein. Jedes Mal schaffen wir die Zone. Was? Zum Teufel. Nein. Zurück. Zwölf. Don't you know me? Das nervt mich auch nicht spielen. Sonst renne ich durch durch dich. Ich brauche eine bessere Waffe, ich brauche eine bessere Waffe. Das Ding hat gar nichts drauf. Wo bin ich da jetzt gespawnt? Okay. Nein, nicht diese Typen. Red Pitchen trifft nichts. Ich bin sicher letztens bin ich da durchgerannt. Hinten steht auch noch mehr. Das ist ein Bastard fliegenden Roboter. Nein. Du musst schreien, bitte. Was machst du? Wie lange wird diese Leben dauern? Wie lange wird diese Leben dauern? Geht's. Nein. Nein. 3-Moi Artho Irgendwie glaube ich, dass die linke einfach die falsche Seite war. Okay, ich gehe. Und das springt ihn dann gleich nochmal. Was? Ah ja, stimmt. Ah, mein Name steht hier im Spiel. Schauen wir mal, ich bin in Scale. Ich muss wahrscheinlich einfach mehr hopfen. Diese Dinger zu bekämpfen, macht keinen Bock, ehrlich gesagt. Diese Dinger sind das Schlimmste. Vielleicht gibt es eine bessere Welt. Ich habe eine Armbrust gesehen. Ich will eine Armbrust. Ich will nur eine Armbrust haben. Okay. Dieser Raum wieder. Diesmal mit mir leben. Diesmal mit mir leben. Oh, warte mal. Ich muss mich jetzt erst für die durchkämpfen. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Oh, god damn, new game. Es ist heiß drin. Das ist doch Was zum Freien Was, hast du mich nicht weiter? Nein, geht doch Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich davon ein volles Let's Play mache Wahrscheinlich, wo bin ich jetzt? Vielleicht ein paar Englische, ein paar Deutsche Rice Ich hoffe, ich habe etwas getroffen Man weiß ja nie Wo sind die anderen Marshmallow-Typen? Perfekt Nie stehen bleiben in diesem Spiel Die Nazi-Zombies schön Runden rennen Oh Jetzt ist es Ja Ich will mein extra Leben Wenn ich viel gebraucht habe Warte, wenn ich den Konfetta-Boost Ich will auch nicht stehen bleiben Nein, ich dachte, es würde mir Raketen geben Marshmallow-Man Unsichtbare Das sind viele Tote Ich habe keine Ahnung, was das mir überhaupt gibt Seelen Mit Seelen Das war mein Gesicht Hat komischerweise nicht viel Schaden gemacht Ach du Was bist du Irgendwas Fett ist in der Mitte gerade Okay Laser Oh 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 Okay, Tore jetzt offen, Tore jetzt offen, ist das Tor? Nein, das ist das Tor. Und bring mich in eine andere Welt. Keinen fliegenden Gegner, bitte. Keinen fliegenden Gegner, keine fliegenden Gegner, keine fliegenden Gegner. Bitte, keine fliegenden Gegner. Alles was, fliegende Gegner. Verdammt. Wie wert sind wir drin in diesem Pfad? Ich schätze ein anderes Tor, das rechte Tor will ich dann noch in Englisch machen. Das passt. Peace out.